Beginnen Sie nun mit Bauphase 3, der Sonne. In Schritt 1 verwenden Sie Teile aus den Heften 71, 72 und 73. Für die Montage müssen Sie das Modell immer wieder umdrehen oder auf die Seite legen. Entfernen Sie daher alle losen Teile. Das 161-zähnige Mondzahnrad, den Mond, sowie Mondachse und Rad. Setzen Sie die Manschette für die Säulenhalterung von unten am großen Loch im Erdarm an. Die Bohrungen für die Senkkopfschrauben weisen nach unten. Führen Sie die Manschette durch das Loch, sodass sie mit der Oberseite des Erdarms bündig abschließt. Mit drei KM 2.5-Schrauben befestigen Sie die Manschette am Erdarm. Setzen Sie das 102-zähnige Zahnrad mit den Bohrungen für die Senkkopfschrauben nach unten auf die Unterseite der Manschette. Befestigen Sie das Zahnrad mit drei KM 2.5-Schrauben an der Manschette. Drücken Sie ein 19 mm Stahlkugellager von oben in die Manschette für die Säulenhalterung. Drücken Sie das zweite 19 mm Kugellager von unten in die Manschette. In Schritt 2, Bauphase 3, ergänzen Sie Mittelsäule und zentrale Achse aus den Heften 74, 75 und 76. Entfernen Sie die kleinen temporären Plastikfüße von der Unterseite des Erdarms und ersetzen Sie die beiden äußeren durch neue Füße. Stecken Sie die Mittelsäule durch die Manschette für die Säulenhalterung sowie durch eine große Plastik- und eine Messingunterlegscheibe. Achten Sie darauf, dass die oben und unten eingebauten 8 mm Stahlkugellager in der Mittelsäule nicht verrutschen. Schieben Sie die Säulenhalterung von unten auf die Mittelsäule. Der breite Rand liegt unten und schließt bündig mit Säule und Kugellager ab. Befestigen Sie die Halterung mit einem großen M4G-Gewindestift und einem 2 mm Inbusschlüssel. Schieben Sie nun die Achse durch die Mittelsäule. Das spitze Ende der Achse zeigt dabei nach unten. Das Modell steht nun auf den beiden großen Füßen und der Säulenhalterung. Drücken Sie die nicht leuchtende Sonne von oben fest auf die zentrale Achse. Dies ist allerdings nur vorläufig, da sie für die weiteren Bauschritte wieder entfernt werden muss. In Schritt 3, Bauphase 3, ergänzen Sie die Teile aus den Hälften 77, 78 und 79. Befestigen Sie das 91-zähnige Zahnrad mit drei KM 2.5 Senkkopfschrauben am großen Messingstellring. Schieben Sie eine große Plastikunterlegscheibe über die zentrale Achse und die Mittelsäule, so dass sie genau auf dem 19 mm Stahlkugellager des Erdarms aufliegt. Es folgt das zusammengebaute 91-zähnige Zahnrad mit Stellring, das nun auf der Plastikunterlegscheibe aufliegt. Das 91-zähnige Zahnrad greift jetzt in das 91-zähnige Zahnrad aus Bauphase 2, Schritt 5. Befestigen Sie den großen Messingstellring an der Mittelsäule mit einem M3G-Gewindestift und einem 1,5 mm Inbusschlüssel. Befestigen Sie das 160-zähnige Zahnrad am kleinen Messingstellring mit drei KM 2.5 Senkkopfschrauben. Heben Sie das Modell an, so dass die zentrale Achse nach unten rutscht, bis sie sich unterhalb der beiden Kettenräder befindet. Dann setzen Sie das 160-zähnige Zahnrad auf und schieben die Achse durch den Stellring. Setzen Sie das Modell wieder ab und befestigen Sie das 160-zähnige Zahnrad mit einem Gewindestift. Dieses 160-zähnige Zahnrad greift nun auch in das 22-zähnige Zahnrad, das in Phase 2, Schritt 6 angebracht wurde. Bauphase 3 ist damit abgeschlossen.